Hallo liebe YLs, SWLs und OM. Willkommen zum DD0UL QTC. Das DHD74 hat nicht nur einen VHF-UHF-Sendung-Empfangsbereich, sondern auch einen Empfangsbereich, der von 100 kHz bis 524 MHz reicht. Um den auszuprobieren, lohnt es sich eine externe Antenne anzuschließen, denn das Gerät ist von Haus aus so konfiguriert, dass von 100 kHz bis 10,1 MHz eine interne Antenne verwendet wird und alles darüber die externe Antenne. Man kann es aber auch so konfigurieren, dass eine externe Antenne für den ganzen Bereich eingestellt wird. Für diesen Zweck wird die Antenne abgeschraubt an der SMA-Buchse und ein externes Antennenkabel angeschlossen und im Menü 104 lässt sich dann auswählen, dass die externe Antenne für alles verwendet wird. 104 und hier ist schon der Antennen-Connector, die Buchse, konfiguriert für alle Frequenzbereiche. Der interessante Bereich fängt für uns Funkamateure bei 137 kHz an. Wenn wir schon im VFO Modus sind, 0 0 0 1 3 7. Das ist der Langwellenbereich, ein Amateurfunkband und wie man gesehen hat, wird jetzt nicht die 137 kHz eingestellt, sondern die 135 kHz. Das liegt daran, dass das Kenwood Gerät von Haus aus in dem Bereich ein 5 kHz Raster verwendet. Das lässt sich allerdings verändern, indem man den Fein-Modus einschaltet. Das passiert mit der Funktionstaste und hier ist es schon ausgewählt. Der Fein-Modus ist auf OFF. Das lässt sich jetzt ändern, indem man ihn einschaltet und was man bei der Gelegenheit gleich auch noch machen kann, ist dann die schrittweise einstellen. Man hat die Wahl zwischen 20 Hz, 100 Hz, 500 Hz und 1000 Hz. Wir bleiben hier bei den 100 Hz, die eingestellt sind und drehen ein bisschen hoch. Wahrscheinlich ist auf dem Frequenzbereich mit der nicht sehr guten Antenne hier nicht allzu viel zu hören, aber im Freifeld sollte das durchaus möglich sein. Der nächste interessante Bereich, das sind 475 kHz. Auch hier wieder 0 0 0 4 7 5. Auch ein Amateurfunkbereich, in dem man auch wieder die Stationen hören kann. Bei 512 kHz schaltet das Gerät automatisch in einen 9 kHz Raster-Modus um. Das ist der 2 2. Das ist der Mittelwellenbereich. Noch ist der Fein-Modus eingeschaltet. Wir können ihn hier wieder mit der Funktionstaste ausschalten und haben dann eine schrittweise von 9 kHz und im Nebenraum läuft ein Messsender auf 0 0 1 0 4 4. Man kann ihn hören, er ist zurzeit nicht moduliert. Ja, was kann man noch machen? Es gibt verschiedene Betriebsarten, die dieses Gerät beherrscht. Das ist natürlich SSB, sprich Upper Side Band, Lower Side Band, CW, AM und natürlich auch FM über den ganzen Bereich. Wir können beispielsweise versuchen, dass die Barke Delta Lima 0 India, Golf India zu empfangen. Sie sollte hier leicht und knapp ankommen. 28 2 0 5. Das Ganze in der Betriebsart CW. Man hört, dass man die Barke leicht im Rauschen wahrnimmt. Wahrnehmen kann. Der FM-Bereich beginnt bei diesem Gerät bei 76 MHz. Dann ist nur dieser Wide FM-Modus möglich. Es sind auch nur 50 kHz schrittweise möglich. Das lässt sich auch mit dem Fein-Modus nicht mehr verändern, indem beispielsweise die 1 0 1 7 0 0 eingeschaltet wird. Das ist der Deutschlandfunk hier in München. Der kommt dann auch stark an und die Frequenzmodulationsart lässt sich dann eben nicht mehr verändern. Oberhalb von 108 MHz gibt es wieder alle Betriebsarten zur Auswahl mit Ausnahme von Wide FM. Es gibt nur das normale FM zur Wahl und die schrittweise beträgt wieder 5 kHz außer man hat den Fein-Modus eingeschaltet. Dann ist es entsprechend weniger. Die Filter-Bandbreite lässt sich einstellen in den Menüs 120 für SSB, 121 für CW und 123 für AM. Beispielsweise gehen wir zurück auf die 0 2 8 2 0 5 und schalten im Menü 1 2 0. Diese Cut-Frequenz lässt sich dann in Schritten einstellen. 2,4 kHz beispielsweise für CW lässt sich die Bandbreite auch geringer machen. Das war's für heute. Wer sich für den Empfang von digitalen Signalen interessiert oder für die Weiterverarbeitung der empfangenen Signale, der wird sich für die nächste Videosendung auch interessieren. Denn da geht es darum, die eingebaute Soundkarte in dem Kenwood-Gerät an den Computer anzuschließen und so aufzunehmen. Bis dahin wünsche ich viel Spannung und 73. Dirk 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 Vielen Dank.